Wir fahren hier, hier vorne da. Wir fahren, die vorderen, die schon stehen, fahren erst in der zweiten Stufe einfach vor, die anderen halt drei. Nossi, Nossi geförst du mal hier vorne ran. Ich brauche einen, der mir zumindest hinten auch, wenn ich, dass die mich mit den Lighttanks cap'n und der 49. Die Gänge rausnehmen, genau so, im ersten, zweiten Mal fallen, da kommen sie schon in der T-50 Lighting. Und drauf. Wir holen uns den 49er, als es ist. Gott, 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 Gott. Ja, gut, jetzt sind wir, ne? FCMs kommen wir da aus, durch die Stadt. Ja, ja, sehe, 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 sehe. Wir fahren drauf, fahren auf die Heavis drauf. 54 Lighting hinterher und dann den, dann den FCM. 50-100 und FCM. Und durchfahren, durchfahren, denk dann durchfahren. Ich rück nach, ja, oder soll ich bleiben noch? 50-100 steht. Fokus, Feuer, Fokus, Feuer auf den FCM. Fahrt da links rein, links rein. 50-100 steht. FCM. 50-150, genau. 360. Ja, jetzt sind dann wieder, ich will da vier Panzer nach rechts rum, ne? Boah. Könnt ihr noch packen? Könnt ihr noch? Nein, nein, nein. Gut weg. Kann, kann, dem hier sechs und dann hinten rum rechts. Ja, was meinst, was ich mache? Och, vom. So lächerlich manchmal, die ist. Ja, war die falsche Entscheidung. Wir hätten alle da rauskriegen. Und die Panzer, die ihr da gemacht habt, nicht wieder zurück in die Schuze. Also ich hab auch so gedacht, dass wir da weg. Ja, das ist halt, ne? Wenn wir zusammen in der Gruppe gefahren wären, wär's egal gewesen, ne? Aber wir können das auch gewinnen. Wenn Nossi und Herr Schulz jetzt da wegkommen... Ich hab noch 30 Sekunden Reload, ich hab hier. Ja, ja, hab. Macht das, macht das hinten, du weißt. Die haben nichts mehr Schnelles, oder? Nichts mehr guter Sicht, weil... 50-100 halt noch. Ja. Ich hab 470 Basics Sichtweite hier. War das recht. Stell du dich mal hier hinten drauf, hier irgendwo in dem Busch. Der Ruhr, der Ruhr hier hin. Der Ruhr hier hin und der Anix auch hier hinten mit der anderen 1380. Gut, machen wir mal mit vorne in Licht. Du hast nur den meisten Appähne. Check da mal durch, dass die anderen schießen können. Alle links, du musst links fahren. Wenn die hier durchkommen. Die müssen dann die Panzer sperren. Kommen sie. Ja, jetzt muss die beiden, sonst fängst du... Auf links. Links, 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 weg. Weg nicht. Genau, jetzt kannst du hier raus. Hier unten raus. Dann haben wir eine schöne Flanke. Ähm, nicht mehr schießen darf der rudern. Wenn die hinten aufgehen, dann bomben die 1390 einfach ihre Magazine rein. Vorsicht, du kriegst Schnelles, drei Besuche, gut. Ja, bei mir kommt der 50-100. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Irgendwann Fokus Letzte Weiter rechts musst du weiter rechts fahren Ja 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 Und dann links aber Zerstört praktisch Oh jetzt 20 Sekunden im Prinzip können die eigentlich schon fast wieder zurück fahren Ja wir fahren Könnte da zu Woot fahren Wer schafft es Hast du nur einen Woot oder ein bisschen leer? Okay Dann krieg ich gleich von hinten denn hier ist 3 vermute Wart hier bei jeden raus Links weg jetzt links Oder durch Könnte das auch Full AP noch Oh Scheiße Da ist ein One Shot Rechts ist ein One Shot noch sie Ach sie noch sie muss hier Nein dann du musst fahren Weil die IS-3 von oben kommt sonst runter Wir haben sie den Magen gekratzt Leg mir doch eine Füße ey Ja ja das ist das Das ist das Fahrzeug ausgeschaltet Du musst jetzt hier hinten irgendwie hinkommen wenn du schaffst Ah links raus Ah jetzt nicht mehr jetzt nicht mehr Ganz kommst Ganz links drin ganz links rum abdrehen und abdrehen Boah die IS-3 Ah hier 6 oder 6 hat verschossen Alter Schwede Sich an jeden Moment reißen Kannste machen Fahr weiter fahr weiter bleiben Ja so Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet No Woot zurück Der 50-100 Cap den könnte rausnehmen Woot hier durch die Stadt fahren Die IS-3 kommt jetzt hier gleich runter also gib Gas Nossi Nicht auf der offenen bleibe du musst irgendwo Deckung finden Ja links hoch Fahr links hoch jetzt Fahr links hoch Nossi Nein der bleibt Da ist der Bunker doch noch zwischen ne Da stimmt Ja das ist gut der bleibt stehen Ihr könnt jetzt den 50-100 zusammen zerlegen Ja noch 300 brauchst du zwei Schüsse dafür Ne ich glaub er hätte den letzten getroffen Nossi mach nur Spotter Nossi Nossi Woot ist noch nicht da Woot ist noch nicht da So schon eine Minute Ja alles gut Alles Alles So Woot hier stehen Dann hier drauf aimen Und dann Nossi fährt dann vor Nur mit dem Turm kurz oben drüber pieken Dass ihr seht Er steht da wahrscheinlich Denkern die IS-3 hinter dir Nossi Ja gut So Ah ist One-Shot holen dir Ach leck mich doch an die Füße Woot kommst du ran Ja Nossi Nossi Weg 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 da weg da Jetzt wegs Da vorne weg Jetzt da vorne weg Ich lass mich erstmal zugehen hier vorne Woot weg da Woot weg da Woot weg da Oh schade der war nicht gut Ihr müsst jetzt irgendwie so eine Hausecke kriegen Dass der immer nicht weiß auf welchen der Ziel ist er Oder ihr geht capper und versuche das Der andere den Bein zurückfahren Genau Du fährst in die Cap Ganz äußerste rechte Seite Nimmst den Busch Und Nossi Du dodgst dich von hier hinten ran Hier hoch Ganz übers Feld jetzt fahren Dass du Woot unterstützen kannst wenn der oben kommt Aber noch nicht cappen oder? Der muss ja erstmal Noch nicht anfallen Wenn er noch nicht anfangen Er ist in der Nossi auf Position Ist Rechtsruhen Warte an den Sperren entlang Ah an den Sperren Aber nicht dass der mich hier sieht Ja die ist er Er hat 350 Meter Sicht weil er sieht ganz schlecht Da müsste er auch hier raus fahren Warte Warte Moin Moin Hallo Hallo Hast du da vorne hast du wieder zerstörte Panzersperren? Das noch Dann hier in dem Bunker kannst du stehen bleiben Da siehst du dann wenn er hier rumkommt Oh du kannst jetzt anfangen zu cappen Ja das ist schon Ja das ist schon Er ist schon da Wo ist er? Dauert nicht zu dir? Kann sie Zielt er zu dir Nossi? Zielt Hat dich gesehen? Fahr zurück Fahr zurück Fahr zurück Versuch hinter den Bunker zu kommen Ja Kommt wieder runter Jawohl Wut kann entgehen Wo guckt denn der hin? Jetzt habt ihr ihn da wo er haben wollt Machst du jetzt ran Kannst du schießt Der ging voll durch ihre Panzerung Der ging voll durch ihre Panzerung Der ging voll durch ihre Panzerung Dann ist er immer auf Der kann natürlich da ein bisschen aktiv an der Brücke arbeiten Er fährt mir ein bisschen weg Nix so wo willst du hin? Komm runter komm hier geht's rüber Aufwärts Er hat die Panzer verwechselt gerade Panzerwechsel Geht nix umfahren Was machst du da auch hinter mir? Schiebst mich ja an die Ja 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 Und was was zum Lenken oder? Naja Du Bot ist wieder aktiviert hier oder? Ich glaube weiss jetzt schon wo wir sind Fährt jetzt über die andere Richtung Knallt uns weg Über das Brauch Ich denke an die haben vier Fünf Lights Und die Schieße einen zum Support rein Also wir müssen links bleiben auf jeden Fall Ähm Einer ist schon drüben Ich brauch der T450 Steht mir ein gut Sie steht da unten Außer der 1390 Schaffst du das alleine? Gut Nää Die fahren noch weg Halte die ein bisschen hin Und die zeigen Bis wir da sind Ich war eh gespottet Bei Heavy 3 3 Gut ich brauch die Ich brauch die wieder hinten Weil der hier wenn er sonst um die Cap fährt Und die 2.55 Lightdenker Wir müssen unten bleiben ne? Die Le.. ich brauch einen Lightdenker Der mir das anspottet Und die anderen die mir die Die hier bearbeiten Die ist 3 hinten gedrackt Direkt hier Direkt hier Ach so Scheiße Brauchen wir mal einen Schiebsteiner? Ja 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 geht 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 Warte die Lightdenker hat geschossen Da steht nur ein T34 Der macht nur ein T34 Gibt Leute Achtung rechts Schickt Rückfall Heavy ist zurück 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 Heavy ist auf dem Reis Heavy ist auf dem Reis Hör Achso ich müssen ein Den anderen dann anhalten Upsi pass auf T34 So Rotten Wurde nach vorne Wurde nach vorne bullde nach vorne Heavy ist nach vorne Da kommt schon der nächste kram runter Da kommt schon der nächste kram runter Winde und Winde und Steinen Winde und Steinen Wahnsinn Worte Worte Ich bin nach links Sonst krieg ich meine Brune runter Müsste des Seiten jetzt alleine packen Naja macht das ja Mache das ja Na Seiden Dann können wir überhaupt beschießen Wollen die sich jetzt einfach umbringen ne? Nimm mal den Leitengeten raus, dass wir keinen Flaktenfeier mehr kriegen. Aber nicht auf ihn auffahren, sonst geht er von den oberen Stehnen. Uh, ist getrackt. Lüft sie 100 an auf den T-34, wenn du kannst. Da ist getrackt. Und dann von oben hier unten schließen und die S3 wegnehmen. Oh, sie fahren mal hoch, genau. Ja, ja, genau. Kann die Presse ein bisschen nutzen. Genau, schießt die S3. Ja, sie hat sie gleich schießen da unten. Ach, scheiße. Ein Helm von oben rein geschossen. War gut. Oh, shit. Der ging voll durch ihre Panzer um. Vordere IS-3, guckt zu mir und drücken. Jetzt drücken, jetzt drücken Nossi drauf. 48 AP und ich einen Steiner schieben. Und dann los. Go, go, go. Hat geschossen. Und Schub. Die Leitz fahren dann nach rechts aus. Ich hoffe, dass der nicht wieder zuhört. Sorry, Platte. Hat geschossen. Ich mach das. Ich hab mich gerne. Das war's klar. Ich hab mich gerne. Das war's klar. Schieben ins Wasser. Bronkwut. Naja, wer die Kohle hat, ne? ich muss gucken hinter dem stein war genügend platz und dann das krechtsfeld beobachten wenn die anderen geschossen haben gucken wo musst du rausfahren wo steht ein einzelner tank misse so dass du wenn du raus hast nur fokus von einem tank bekommen kannst also fährst du zeit gebrauchten ganzen beschießen wenn er geschossen hat nirgendwo rausfahren wo mehrere rohre zu zeigen bis gleich weg und abwarten sicherheit bringt abwarten deiner p und ein rohr ist das was zählt hinten außen gut das